Ein Jahr ist vorüber, ein neues Beginn. Ich frag mich wie immer, was meine Vorsätze sind. Für 2012 denk ich mir, ich hab nen Plan, er hat nen Plan. Ich geh in den Baumarkt, denn mein Vorsatz ist, ist ein feines Haus bauen. Ich denk, es ist zu schaffen, ich hab schon Werte bestellt. Ich bin mir ganz sicher, dass mir das leichter fällt, als mit dem ewigen Rauchen aufzuhören. Ich denke, für 2012 kann ich schwör'n, ich werd'n feines Haus bauen. Ja und außerdem war ich neulich auf dem Weihnachtsmarkt mit meiner Tochter und hab da so'n Mäusezirkus gesehen mit total süßen weißen Mäusen. Meine Tochter wünscht sich so eine und deswegen werd' ich 2012 auch noch ne weiße Maus klauen. Und dann hab' ich noch Hackfleisch im Kühlschrank, das muss dringend mal weg. Deswegen werd' ich 2012 Hackfleisch auftauen und mehrmals durchkauen. Das war ein ganz entspannter, weniger Stress und einfach 2012 mal aus'm Fenster rausschauen. Und dann hab' ich so'n Nachbarn, der wohnt über mir. Der hört immer total laut Musik und Quatsch da oben am Balkon. Der hat so'n ganz oft gesagt, dass mich das stört. Und der heißt Klaus, der ist so'n bisschen korpulent. Und wenn ich den 2012 am Treppenhaus treffe, dann stell' ich mich vor den und das sag' ich. Ich werd' 2012 den fetten Klaus hauen. Oh yeah! Ich werd' den fetten Klaus hauen. Oh yeah! Fetten Klaus hauen. Ich warte' über 않' ich vielleicht nicht � so'n ganz projector drin und früh Also heißt Klaus hauen. Ich warte' über Sex und Sweat, der ist volle Schmuck. while ich mit Start.